So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Rook Legacy und ich muss hier grad mal gucken, äh, irgendwie funktioniert hier grad was nicht. Ah, jetzt funktioniert's, okay. Alles cool, alles cool, ja. Okay, wir haben ein, wir haben ein, ähm, Barbarian King, Barbarian King, ähm, Queen, weil es ist ein Mädchen. Aber egal. Oh, das war ja random. Aua, blödes Vieh. Wir machen eigentlich auch gut Damage, haben mega viel Leben, machen auch kritischen Schaden. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut gewappnet für dieses, haben wir Doppelsprung? Ne, haben wir nicht mehr, schade. Wir haben keinen Doppelsprung mehr, muss ich vielleicht mal wieder freischalten. Aber dafür haben wir vier HP, die wir zurückkriegen. Wenn wir Gegner töten. Okay, das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Wow! Mal ganz ruhig hier, so. Aber das können wir ja auch irgendwie mit Schwert anlösen. Auf den Runen hätte ich wirklich gerne... Wow! Das war ja, das war ja Skill da, Alter. Was ist da los heute? Was gehe ich hier davon, Alter? So. Sprache an Stab. So, nee, warte mal. Aua. Ach, damit. Dann sterbe ich heute an so einer Kugel. Ist ja auch egal. Äh, was ist das denn? Aua. Okay, du bist tot. Alles cool. So, warte mal. Hier geht's rüber in den, ähm, Wald, ne? Da müssen wir eigentlich auch hin. Ich möchte vielleicht mal so langsam den Boss hier suchen im Wald. Und dann mal gucken mit Mokargo oder so, dass wir mal den Boss plätten. Das wäre mir eigentlich ganz recht. Aua. Ja, sofern wir nicht sterben. Oh. Mal ganz ruhig. Hallo, Gamepad. Bitte. Mach keinen Scheiß. Ähm, muss man hier eben auf die Karte gucken? Wo ist man denn die Karte? Ah, hier ist die Karte. Okay. Ich bin aber mit dem Keybinding noch nicht so ganz wieder vertraut. Hab ja länger jetzt nicht aufgenommen, wo ich jetzt gesagt habe, es kommt wieder regelmäßig. Aber naja. Man kann manche Dinge einfach nicht einhalten, du blödes Vieh. So. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. So. Oh, noch mehr Geld. Vollidiot. Na gut, 1200 Gold. Das, ähm, soll mir eigentlich schon fast reichen. Wie gesagt, ich suche jetzt auch vorwiegend, ich mache jetzt hier alle Leute mal kalt, weil es gibt ja HP zurück, ne? Die ist das? Die ist das, Ananas? Ah, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie auf die ist das hängen geblieben. Keine Ahnung warum. So, wir brauchen eigentlich, wenn wir den Boss planten wollen, wirklich noch ein bisschen HP. Wir gehen jetzt mal hier nach oben. Nein, 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 nein. Hier nach oben. Und gucken mal, ob das hier weitergeht. Zack, zack. Ah ja, okay, hier geht's weiter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, okay, warte mal, ähm, das hat sich hier nicht unbedingt gelohnt. Ach, dammit. So, okay. Ja, wir haben noch die Hälfte vom Leben ungefähr. Wo müssen wir, wir können jetzt einfach, wir können nur noch unten lang, oder? Ja. Wir können ja nur noch unten lang, also so gehen wir auch unten lang. Äh, müssen wir mal gucken hier. Okay. Hey, dann ist da Weihnachtsmann. Manchmal funktioniert das Gamepad nicht richtig, keine Ahnung. Manchmal sind diese Wölfe einfach so unberechenbar. Weiß nicht genau, wann die losrennen und... Siehst du zum Beispiel jetzt... Können die nicht erspringen? Eigentlich schon. So. HP recovered. Äh, hier runter. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Alles cool. Will you pray for assistance? Äh, Hedgehog's Curse. Das war irgendwas Schlechtes, das weiß ich. Oder, naja, es ist, also, kein Item ist schlecht, aber... Das war nämlich genau das, dass man Geld verliert, wenn man gehittet wird. Oh, das ist nervig. Man verliert zwar im Endeffekt kein Geld, aber... Man muss jedes Mal sein Scheißgeld wieder einsammeln. Und das... Oh, das nervt. Das nervt richtig. Oh Gott. Und gerade, wenn man so viel Gold hat. Naja, gut. Alter, das nervt. Das nervt. Das kotzt an jetzt. Das nervt. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, fuck it. Das ist... Ich... Ähm... Dort... Das sollte vielleicht nicht so laut sein. Fokage. Fick die Henne, ey. Ohne Spaß. Warte mal. Gehen wir noch ein bisschen auf AP. 141 AP und 100... 100... Was? Schaden? 3. Okay, 103 Schaden ist natürlich schon mal jetzt nicht so schlecht. Halt. Ich möchte hier, dass du das aktivierst. Ja, ja. Ich kann zum Treasures... Aha, schon so. Rein da. Und dann möchte ich eigentlich mal den zweiten Boss erlegen. Wenn du jähnst. Warte mal. Und diese Hedgehogs Curse, die ist zum Kotzen. Ohne Witz. So, warte mal. Wo müssen wir hin? Wir können hier zum nächsten Raum nach unten gehen. Warte mal. Wir sind hier direkt nach unten. Wir müssen hier hier direkt nach unten. Oh, fuck it. Also, wer baut solche Räume, ganz ehrlich? Ganz. Ja, aber eigentlich ohne Witz. Alter. Wer macht denn sowas? Okay. Okay, pass auf. Wer macht so etwas? So. Kann ich wer... Oh. Hier ist der Boss. Hier ist der Boss. Aber mit der HP will ich da eigentlich nicht reingehen. Aber gut, dass wir ihn schon mal gefunden haben. Ich hätte gerne noch ein bisschen... Das ist doch beschnäht doch nicht. Okay. Ich dachte jetzt, das Bild lebt, aber... Na gut. Man muss ja nicht immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen. So, warte mal. Wie konnte der mich treffen? Das ist doch unlogisch. Das ist einfach nur unlogisch. Und irgendwie werde ich gerade ein bisschen... Irgendwie kackt gerade meine Stimme ab. Das merke ich gerade. Scheiße. So, warte mal. Ist auch nichts mehr drin. Hier noch was drin. Nee. Kacke. Ich pack bestimmt mein Gamepad rum, aber... Okay. Sterben wir halt und... Ähm. Wir müssen ja trotzdem den Boss irgendwie besiegen. Im Endeffekt. So. Unforgotten Alexander. Hallo Alex. Und ich bin tot. Loy. Aber gut. Wir haben ihm gut Schaden gemacht. Haben wir schon mal gesehen. Wir haben eine gewisse Chance. Ähm... Das Licht... Das Bellum-Kette. Alter, das ist voll vor den Arsch. Okay. Ist egal. 890. Da können wir hier gar nichts mit anfangen. Ey. Boah. Gar nichts mit anfangen. Ja. Müssen wir wieder rein, ne? Blüpp. Jupp. Ich kann ein bisschen ein paar Treasures mitnehmen. Dies, das. Ananas. So. Rein da. Und wir wollen zum Boss hin. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Düm. Düm. Ne, 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 ne. Oh. Oh. Der macht ja böse Aua. Der macht ja böse Aua. Wow. Hilfe. 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 Ich sehe meine Lebensanzeige übrigens nicht. Das macht mich ein bisschen nervös. So. Weil man könnte sterben. Alter. Das ist ja. Der ist ja ein bisschen hart. Das Bellum. Oh. Gut sei Dank Mokage. Mit Mokage könnten wir es theoretisch schaffen. Mit Mokage haben wir gute Chancen. Jupp. Dankeschön. So. Und rein da. Okay. Okay. Und da wollen wir hin. Zum Boss. Ja. Wir müssen es halt so lange jetzt versuchen. Bis wir es schaffen. Das war mit manchen Charakteren auch ein bisschen. Beschissen. Aber. Ja, ja. So von Gott. Alexander. Ich weiß, dass du Alexander bist. Ist mir schon bewusst. Alter. Der macht aber auch einfach mal 48 Schaden. So instant, ne? Alter. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wie viel Schaden macht der? Und wir machen ihn einfach mal so. Boah. Damit können wir gar nichts anfangen. Alter. Gar nichts. Das ist sowas von beschissen. Ich will den Kackbust tot haben. Jetzt. Dann müssen wir uns hier jedes Mal teleportieren. Dauert alles. So. Mit dem Licht funktioniert das eigentlich mal gar nicht. Ja. Alexander. Bla bla. Die Stars. Ananas. Wie viel Schaden machen wir denn? Höhöhöh. Höhöh. Zwei. Moment. Das machen wir nochmal anders. Wir könnten es natürlich auch mit dem Barbar probieren. Das wäre natürlich auch noch was, was ich in Erwägung ziehen würde jetzt. Weil Barbar mega viel Leben, ne? Wo 300, 353. Das ist natürlich auch nicht so unbedingt. Moment. Okay. Das macht natürlich... Diese Äxte machen natürlich auch nochmal ein bisschen Schaden. Ach. Ich bin so unschlüssig. Wo wird's hin? Loll. Okay. Hallo Alex. Okay. 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 Raus hier. Raus. Raus. Oh Gott. Runter. 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 Das schaffe ich nicht. Alter. Wie viele Gegner. Der hat ja auch einfach mal ein bisschen beschwört hier. WTF. Wie soll man denn das schaffen? Oh. Ja, komm. WTF. WTF. Alter. Der ist doch fast tot. Der ist doch fast tot. Komm schon. Nein. Der war doch fast tot. Oh. Komm schon. Oh. So ein verfickter Hund. Und ey. Sehr schön. Es muss doch möglich sein, diesen scheiß Bossdown zu kriegen. So bin ich jetzt in der Folge noch, ganz ehrlich. Seh ich nicht ein, ne? So. Ach, ich vollidiot. So. Das seh ich nicht ein, Alter. Das seh ich nicht ein. Nein. 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 Alexander. Ja. Bla bla. Wie ist das? Komm her. Oh. Das ist also seine Spezialart. Ich bin schon wieder halb tot. Einfach mal. Aber direkt. Direkt. Einfach direkt. Alter, nein. Geh doch. Geh doch weg. Geh doch da weg, Mann. Geh doch. Das hinkt nicht auf. Das hinkt nicht auf. Wir können doch nicht so schlecht sein. Wir machen 44 Schaden am 353 Leben. HP. Whatever. Jetzt hab ich auch nur das Ding umgelassen. Oh, ganz ehrlich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.